Und die haben natürlich die Bremsen alle eingefahren. Die sind so ungefähr 20 km durch die Gegend gefahren, um die Bremsen einzufahren. Und das ist genau das, was mir am Ende fehlt. Da habe ich aber nicht gedacht. Ja, das stimmt. Ist ja ungefähr einmal neuscheufe. Ich kann normal immer sechs runden. Musste dann nicht gleich mal wieder tanken. Nee, ich habe den Tank voll im Blick. Die haben noch knapp unterhalb. Da passen noch ein paar Runden. Boah, die haben aber ordentlich Grip. Der erste Eindruck ist unglaublich. Halleluja. Ja, die haben Grip. Ich würde mal behaupten, die haben nicht zu wenig Grip. Die quietschen da überhaupt gar nicht. Da haben auch keine Geräusche. Nein, die sind wieder. Die Bremskräfte kriege ich auch besser übertragen. Vor allem, die sind ja noch kalt. Was passiert da, wenn die warm sind? Ich habe keine Ahnung. Bleibt wieder ein Stief. Keine Ahnung. Nichts, nö. Die sind ja nicht. Das ist aber auch schlecht. Du bist nicht mitgegangen. Das ist auf dem Weg. Keine Ahnung. Ich muss noch mal kurz vor dragon. Auch auf dem Weg. Es geht mich. Ich kann es sehen. Das ist ein GT3, oder? Ja. Rorschach. Oh, das ist gut. 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 Oh, das ist gut.